Yo YouTube, was geht ab? Smotty und Creeper sind wieder am Start. Wenn diese zwei auf Tour sind, wissen alle, heut Nacht gibt's so Party hart. Dies, das jenes, den Fuhrpark abgecheckt. Heute mal ganz fertig im Benz ohne Fährdeck. Mit 220 Sachen geht's nicht um Diskothek. Ich schaue aus dem Fenster, aber was testet er unseren Weg. Ne, nicht zu Creeper, die links ist meine, die rechts gehört dir. Also Pixiebräute aus dem Rücksitz geparkt und weiter geht zum Fuhr. Fuhr, 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 fucker, papua, tier. Wir sind Hanna und Marina, stellen sie sich vor. Ich guck den Creeper-Bosshaft an, heute stoppt wie ein Rort. Auf einmal Licht und Rückspiegel, verdammt die Polizei. Alter Typ aufs Gas, Crash ist vorbei. Ich fasse immer wieder, die Polen im Rückspiegel leiten und kalt. Während Hanna auf der Rückbank, Marina, lässt sich mit dem Doppelgeber knallt. Um die Ecke, zu Differ eingebogen. Fuck, ne Straßensperre, what the fuck. Ich guck angewittert nach hinten und denke, was für Huren ohne Ende. Wir lachen die Scheibe runter, der Bulle als Stoff, die stehen unter Arzt. Händen nach oben und verlassen sie den Wagen, als Prüfer plötzlich Röster hageln lässt. Die Kopf bedanken sich und haben keine weiteren Fragen. Sammeln ihre Zähne auf, wünschen uns noch einen schönen Abend. Mit nem neunfachen Rundbett-Salto bringen wir ihn in den Club. Der Türsteher wird weggetreten, oh Mann, was für ein Dupe. Also rein und als erstes Richtung Bar. Shampoo für die Ladies, Ex für die Boys. Ist doch klar. Schwenken auf die Tanzfläche und denken uns, was für Fotzen. Ey Creeper, wo sind die Chicas? Schade. Marina musste kosten. Die Nacht war kürzer, als ihr da. Denkt mir, werdet ihr zu skippen, was zu ficken? Also noch ne Fasche Wodka für unterwegs und erst mal die Lage überfitten. Marina inzwischen nur noch Experiment wird im Kofferraum zwischen ne Folie verstaut. Nicht, dass die Quäppkuren noch unser Rückspick zu versaut. So aus angekommen, Marina erst mal unter die Dusche gepackt. Gucke zu, Hannah, und bekomme einen Fickblick. Ich spüre eine Hand an meinem Sack. Lieber Scheid. Marina, die hat so viel mehr. Smotty schreit. Scheiße, Wodka ist nun auch leer. Creeper schaut aus der Dusche. Hannah, kauf mir die Eier. Ich denke, ich muss direkt lieber sechs mit meiner Oma als ein Tosses Treier. Der Abend lag in Scherben. Keine Alpen. Der Waden riecht nach entbrochenem. Scheißegal. Scherben. Scherben. Scheiße. Scherben. Danke für die Dine Red. Und ciao.